So, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, die auf der PS4 Wir? Ja, oder? Wir sind hier stehen geblieben und haben schon schön unsere Serie angeschaut und jetzt geht es wieder wie versprochen weiter. Yes. Kurz und knapp. So, schläft schon fast. So, schläft schon ganz. So, schläft schon ganz. Und dann kommt es auf jeden Fall, die wir haben noch gut gemacht. Das ist ja mal eine schöne Halskette. Das ist glaub sogar besser. Anfangs hatten wir nur 10.000 oder so Münzen und mittlerweile... Wir brauchen das nicht mal so viel. Ich find schon bestimmt was da auszugeben. Das Amulett ist schon viel besser. Heute ist nicht euer Tag. Das war's. immer geradeaus hier gute Farbe ist aber irgendwie schon so komisch da sehe ich fast gar nicht ich habe das nicht gemacht nie geduld Ich hab hier keinen Cup, der Stärke gibt, ich hab zum ersten Mal einen gescheiden bekommen 3, 2, 100, 3, 2, 16, 13, gehen wir raus 3, 2, 100, wir sind fast gleich, du hast aber mehr Rüstung, ich hab dafür mehr so Plus-Dinger Ja, aber sonst sind wir alles eigentlich gleich Das sind halt solche Nebensachen, wo z.B. Steuerschaden mitgibt oder halt Widerstand für Also, das weiß ich nicht, was kann ich noch sagen, Zauberschaden oder so, ich weiß nicht, was ich sagen Hey, wo bin ich da? Noch nicht bereit Ah, der steht vorne Noch nicht genug Noch nicht Noch nicht bereit Ich hab da noch 5 bekommen Ja Ich hab das nicht mehr Das ist aber Ja Ja Mulkathos führt meine Hand Nur geduld ist es Fuck. You left me. Lock me. Nur geduld. Noch nicht bereit. Wo bin ich? Du hast ein Amulett bekommen. Boah. Auf jeden Fall besser. Du hast auch einen Stift. Noch nicht. Schau mal zum Schild. Oder vergleich mal die zweite Waffe. Also die Waffe. Vergleichen. Leg mal an. Du verlierst zwar an Rüstung. Du kriegst aber vier Stärke. Leg mal nochmal den Schild an. Ja. Ja. Nimm mal den. Und geh aber auf dem Dings runter. Auf den Beutel. Stein. Geh mal ganz runter. Ja. Mach das. Okay. Das passt. Du solltest ein bisschen entgegenwirken wieder. Geh mal. Ne. Ah. Geh mal durch. Deine Liste. um den kreis einmal den könnten wir kurz vergleichen mal die zwei nimm mal das geh mal auf den gürtel vergleich mal nimm mal leg mal ab ja nimm den da jetzt geh mal auf den beutel und runter mach mal den grünen und den lilanen ja und den lilanen ok passt dem er ist doch hoch wo es schwarz ist noch hier so Okay. Okay. Nee, du hast richtig. Okay, bleibt nur noch ein Weg. Oh, da muss man das letzte. Gehen wir jetzt runter. Schauen wir, was es hier so gibt. Okay. 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 Entschuldigung. Jawohl, hier gibt es gar nichts. Ich habe gedacht, ich bin da oben. Das hätten wir auch meins machen. Noch nicht. Noch nicht bereit.